Hallihallo liebe Leute und herzlich Willkommen zum Team Survival Games mit Wintercracker. Wir sind Team Ghosts. COD Ghosts. Uh, unheimlich. Uh, wir spooken die Tod-Wintercracker. Äh, du hast hier schon mal die Survival Games gespielt, oder nicht? Nee, noch nicht. Am Anfang hat man einen Speed-Buff, wenn man jemanden schlägt, verliert man den. Heißt, am Anfang niemanden schlagen, einmal kurz in die Mitte rennen, wegrennen, da ist man relativ sicher. Sobald man jemanden schlägt, heißt die Aggressatoren werden bestraft. Ah ja, ich hab nur einen Lederhelm bekommen. Okay, du bist hinter mir, oder? Ja. Komm ihr hier raus? Ich folg dir einfach mal. Ähm. Ich glaub, da kommen wir nicht. Ich weiß nicht. Oh Gott. Bist du geschlagen? Ja, ich wurde geschlagen, aber der hat ja... Genau. Wenn ich Normalfaden nehme... Ach nee, nee, das ist eh egal. Schaden nehmen ist eh egal. Ähm, wo dadurch... Ach nee. Okay, ich hab dich noch. Also ein bisschen weiter hinter dir, aber ich... Ist der noch hinter dir, der böse Mann? Nee, oder? Nee. Er ist weg Wintercracker, er ist weg. Los, wir fliehen übers Meer. Auf zu den Booten. Ach Gott. Ach Gott, ich hoffe, das Boot fährt schnell ab. Ich hab das hier erst einmal mit Osaf gespielt und da haben wir schon... Leute getötet oder rasiert, je nachdem, wer von uns beiden das gesagt hat. Und jetzt mit Wintercracker bin ich natürlich gespannt. Ich bin hier oben. Ich seh nichts, ich seh nur dich. Bin... Ja, wir sind doch so. Äh, ich geh einfach mal irgendwo anders hin. Ja, wär wahrscheinlich sinnvoll. Okay, hier sind nur Toilettenhose. Äh, Wintercracker. Ach, Mordado. Also... Ja, werden wir schon verwechselt. Ach, ja. Ach, ihr klingt doch eh alle gleich. Wir haben außerdem das Axt-Kit. Ah ja, können wir damit Äxte werfen? Können wir damit Äxte werfen? Äxte werfen und die Äxte sind so gut wie das Gegenstück in Schwertform heißt. Ähm... Stein... Eine Steinaxt ist so gut wie ein Steinschmerd. Ah, ich hab gerade eine Steinaxt gefunden übrigens. Ja, ich hab eine Steinaxt ebenfalls und noch einen Holzschmerd, aber ich nehm lieber die Steinaxt. So, dann sind wir jetzt gewüstet. Äh, unten eine Lederhose hab ich gefunden. Hast du schon irgendwelche Rüstungen oder? Ja, ich hab Rüstpanzer und Helm. Okay, ich hab Hose und Helm. Also das, was du findest, anziehen. Ähm... Ich schau noch, ob hier hinten was ist. Nö. Hier unten vielleicht, beim TNT. Hier sind noch Kisten. Oh. Ja, erstmal die Axt wegwerfen. Äh... Hier war nix mehr. Oh, ich hab noch ein Steinschwert gefunden und ne... Oh, das ist gut. Dann kannst du die Axt werfen? Also... Und dann die Schwert verwenden. Ja. So. Das ist glaub ich ganz gut. Wo bist du reingegangen? Bin nach unten gegangen weiter. Ich hab noch einen Lederhelm für dich. Also ich hab... Ich bin jetzt voll equipped, also ich hab jedes Rüstungsteil einmal. Oh, okay. Gut, dann ist ja gut. Wollen wir dann Leute töten? Können wir machen. Ich... Hast du Nahrung? Ich hab nur... Vier Weizen. Und kein... Ich hab verrottendes Fleisch. Kann ich dir da hinwerfen? Ich bin oben an der Leiter. Ja, ich such grad noch den Weg nach oben. Ach, da ist er. Oh. Where are you from? I am... from... Germany. Nice... to... meet... you. Where... are you from? Hehehe... 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 Muss ja... Man muss ja nett sein. Ja... Bevor man die tötet. Hehehe... 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 Immer schön freundlich sein, Leute... Vielleicht tötet er uns jetzt nicht... Ja... Oh, hier unten ist ein Labyrinth, da wollte ich nicht rein. Okay, gehen wir da lieber nicht hin. Oh, hier sind Betten. Los, Wintergucker. Leg dich zu mir. Ach, ich hab das Gefühl, es müssen noch mehr schlafen. Na, ich weiß ja nicht. Oh Gott. Das war ein Chumpscare, muss ich sagen. Oh, hier muss doch irgendwo eine Kiste sein. Das gibt's ja nicht. Ein Haus ohne Kisten. What's up? Ich hab gerade eben außerdem gekocht. Nudeln mit Tomatensauce. Cool, oder? Mit scharfer Tomatensauce. Und nicht schlecht. Die stehen gerade neben mir, aber ich nehm da vorher noch die Folge auf, weil ich dann nachher ganz schnell weg muss. Und deswegen hab ich gedacht, Wintercracker war im TS. Hatte eh nichts zu tun, der macht nie was. Nein, das stimmt nicht. Ach genau, Twitch, Blaze, Dark Souls ist weitergekommen, Wintercracker. Was sagst du dazu? Muss ich sagen, feier ich, Modado. Okay, Wintercracker. Hier war jemand, hier lagen Schuhe am Boden. Oh Gott, oh Gott. Also, war. Bleib ruhig, Modado. Vergangenheitsform. Ich hab noch einen Pfeil gehört. Ja, ich hab aus der Sehnen Pfeil geschossen. Ich hab mich so erschrocken. Warte, hier kriegst du noch eine Achse. Kannst du dann auch noch... Obwohl, du hast ja schon eine Achse zum Werfen. Eine hab ich schon, ja. Ja, gut. Ich hab eine zum Kämpfen und zwei jetzt zum Werfen. Okay. Und ein Bogen... Obwohl, ich hab den Bogen. Hier, nimm du die Achse. Na gut. I need food. Ach, guck mal. Dark Matricon 120. Verhungert. Wir müssen wir in dem Dorf hier auch recht alleine. Oh, guck mal, da ist jemand gestorben. Oh. Naja, die Schwerter brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Oh, guck mal, hier ist ein Kuchen. Wenn du ein bisschen umhörst. Oh, hier ist nochmal eine Holzachse drin. Äh... Ich hab Pfeil und Bogen, die kannst du da verwenden, wenn du kein Pfeil und Bogen hast. Wollen wir in die Mitte rein? Die Kisten werden bald refilled. Wollen wir machen. Ich denke, wir sind relativ gut equipped. Ich kenn den... Naja. Ich kenn aber den Weg. Oh, da oben. Guck mal, die Kiste. Oh, nein. Oh, das ist wie... Kannst du mit einer Angel umgehen, Wintercracker? Nein, überhaupt nicht. Perfekt, ich auch nicht. Ich hab das Gefühl, wir haben sehr schlechte Ausrüstung. Und Team Diamant, guck mal. Was die haben. Diamant? Die haben noch zwei Leute und es sind Team Diamant. Rechts sieht man die Teams. So. Aber Team Forest ist allein. Team Forest könnte mir töten. Obwohl, war Team Forest der Nette? Morat, ich hab dich verloren. Wo bist du hin? Oh Gott, da pumpt ein Motorrad bei mir durch die Straße. Ach da. Guck mal, Team Forest war der Nette, der sich mit uns unterhalten hat. Ja, dann töten wir den am Ende. Kann noch zugucken, wie alle anderen sterben. Ach, ich wär gern in Team Mango. Ach, ich wär gern wieder in Team Dream. Ja, das wär auch gut. Oh, das hier, das sind, oh Gott. Wintercracker? Oh oh. Ich glaub, wir sind besser entgegübt. Warte, ich werf dir mal ein Ei rüber. So, rennen wir. Oh man, wollen wir uns hier vercampen? Warte, Wintercracker, komm hier rein. Wir haben ja viele Projektile, oder? Ja, stimmt. Das ist das Streamteam, da haben wir eigentlich wenig Chancen, muss ich sagen. Warte, warte, nicht, wenn ich meine Äxte gut treffe. Oh Gott. Wirf deine Äxte, wirf, schlag drauf. Oh Gott, die stampfen uns tot, die stampfen uns tot. Ach, wir stampfen, das geht? Oh nein, ich bin tot. Ich auch. Welches Team war das? Das war Team Diamant, ich hab's dir gesagt, Wintercracker. Team Diamant macht uns fertig. Ja gut. Ach man. Das war diese Runde Team Survival Games, wir haben zwar nichts erreicht, aber wir haben uns nett unterhalten. Ja, dann haben wir ja eigentlich was erreicht. Ja, richtig, wir haben uns nett mit jemandem unterhalten. Aus Niederlande. Ja, neue Leute kennengelernt, ich glaube schon, ja. Ja gut. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen, folgt mit Wintercracker auf Twitter und tschüss. Tschüss.